Guten Morgen. Mahlzeit. Was habt ihr wichtiges zu bereden, Jungs? Platz ist wieder russig heute. Mal gucken, was geht. Sehen wir da heute, was Saftiges von dir? Auf jeden Fall. Mahlzeit. Gutes Schlaf? Natürlich. Heiß wie Frittenfeld. John, spielst du heute? Ich glaub nicht. Ergebnis heute? Ich würd sagen 2-2 vielleicht. Glaubst du, du kommst heute rein? Das ist nur so ne Sache, ne? Kann man ja mal nicht von außen gehen, ne? Aber wenn du reinkommst, machst du ein Tor. Das mach ich ja immer, wenn ich reinkomm. Hier gehen wir 2-2. Wer will L? Wo ist L19? Mahlzeit auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Spieltagsvlog. Heute gegen den Tabellenzweiten Skala. Ich wollte das heute eigentlich zusammen mit Omar aufnehmen, das Commentary. Aber das ist leider flach gefallen. Bisschen angeschlagen noch. Macht aber nix. Omar hat netterweise die Kamera geschwungen für euch. Und dann schauen wir mal, was er für Eindrücke aus der Kabine sammeln konnte. Ich frage schon mal runter in den Tunnel. Ich traue kurz mal ein Müsli auf. Alle gut drauf? Jo. Es ist mir persönlich, und das sollte euch persönlich scheißegal sein, wie der Gegner heißt, wo er gerade in der Tabelle steht. Weil wir gucken auf uns. Wir haben letzte Woche bewiesen, durch eine grandiose geschlossene Mannschaftsleistung, sich den Arsch aufzureißen und den Spiel gegen einen, der vor uns steht, zu gewinnen. Das ist heute auch möglich, wenn wir gemeinsam, vernünftig, positiv arbeiten. Wir haben letzte Woche bewiesen, selbst wenn wir einen Gegentreffer kriegen. Wir lassen den Kopf nicht hängen. Brust raus, weiter, dann erst recht. Wir unterstützen uns heute. Alles für uns. Alles für Saasel 4. Und wir sind nicht Saasel 4, wenn wir uns nicht den Arsch aufreißen. Und wenn wir nicht, trip, trapp, trip, trapp, die Treppe immer wieder höher wollen. Wollen wir. Müssen wir. Weil wir die Klasse halten wollen. Wir haben ja schon die letzten Spiele immer mal öfter gesehen, dass sich Weise zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt. Ich möchte aber noch eine zweite Variante mit reinbringen. Und zwar diese Formation, die wir haben. 4-4-2 in ein leichtes 4-3-3 umzuändern. Indem wir quasi unsere Außenspieler komplett auf den Außen positionieren. Basti mit in den Halbraum rückt. Leon in den Halbraum rückt. Und Weise von hier diese Pässe spielt. Das heißt, wir können hier uns durchkombinieren. Wir haben 7-1 auf die Fresse bekommen. Genau wie unsere Jungs habe ich natürlich auch überhaupt nicht verstanden, was Ari da taktisch von ihnen verlangt hat. Aber das macht auch nichts. Heute zur Löhne, Jerome. Mein Bestes, ne? Kalt ist er. Ich weiß ganz genau, was er gemacht hat. Der hat ganz nah an mein Gesicht gesunken und lacht sich jetzt gerade heimlich kaputt. Ja, das ist absolut richtig, Ari. Genau das hat Omar gemacht. Und das macht er auch meiner Meinung nach sehr gut. Was die Jungs auch wieder gut machen, ist natürlich sich ordentlich zu dehnen. Und dann nochmal ein paar Pässe zum Warmmachen zu spielen. Alles unter der Anleitung von unserem Co-Trainer Arian. Ja und zum Warmschießen muss ich nicht viel sagen. Genießt das einfach. Da sind ein paar echt geile Granaten dabei. Zieht es euch rein. Ja, wie ich schon sagte, ein paar echt geile Schüsse am Start. Und an dieser Stelle wollen wir aber noch einmal unseren Ehrengast heute begrüßen. Timmy, der leider nicht dabei sein kann. Warum? Das sagt er uns selber. Timmy, dieser hat es heute nicht gereicht. Ein bisschen Schmerz. Da ist nichts. Edelmann, Fritz, Digga, cool. Danke, Bro. Für drei Punkte heute. Jeder konzentriert sich. Jeder fällt jetzt ruhig. Jeder kommt ins Tunnel und jeder gibt jetzt Gas. Okay? Ja, nach der Ansage von Ari habe ich auch richtig Bock aufs Game. Allerdings starten wir das Ganze mit einer Schweigeminute aufgrund der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Ein absolut wichtiges und richtiges Zeichen ins Spiel rein. Starten wir allerdings erstmal etwas planlos. Scala prügelt die Bälle lang. Adri hier mal mit einer etwas verunglückten Abwehraktion. Holt sich dann am Ende aber noch gut den Ball wieder. Ja, passt ins Aus. Nichts Besonderes. Jetzt war Tilly mit einem langen Ball zurück auf Basti. Undankbar für Jerome. Aber den pflückt er noch runter. Und schlägt dann die lange Banane. Mal schauen wo die ankommt. Bei Leon. Jetzt spielen wir das Ganze schön aus. Nico über rechts. Und ja, ich glaube da läuft Adri vergebens. Der müsste im Aus sein. Ja, bislang nicht viel los. Gucken wir mal weiter. Jetzt mal wieder Scala mit einem Angriffsversuch. Natürlich kommt der Ball langen Klassiker. Aber Flave ist da. Und wie ein Fels in der Brandung klärt er den zur Ecke. Keine Gefahr. Ja, da ich ja nicht vor Ort war, muss ich das Ganze aus den Aufnahmen hier beurteilen. Man sieht ziemliches Gebolze. Schön runtergepflückt vom Scala-Spieler. Nice. Abgenommen von Tilly. Wird gefoult. Ja. Ganz schön zerfahren das Ganze. So, jetzt sehen wir mal, wie zum ersten Mal unser Torwart Möhre gefordert ist. Scala-Spieler zieht hier schön ab. Aber kommt natürlich zum Zentral. Keine Gefahr für Möhrchen. Nun Einwurf über die rechte Seite von uns. Ja, bisschen blöde gemacht. Aber Adri ist da. Ja, das geht ein paar Mal hin und her. Aber am Ende haben wir den Ball. Spielen dann raus auf die linke Seite. Und gehen dann mit Tempo über links. Omar weiß leider, glaube ich, noch nicht so ganz, wie der Zoom funktioniert. Da hat er es ganz stark. Ja, immer noch linke Seite. Ich kann nicht viel erkennen. Danke dir, Omar. Und jetzt kommt tatsächlich die Flanke fast rein. Aber der Leuchtturm dort hinten köpft sauber raus. Aber der Leuchtturm in der Scala-Verteidigung ist auch ganz schön schnell, wie wir hier sehen. Da zieht er richtig durch und wird aber sauber weggeklärt von Flave. Aber krass. Sodo auf jeden Fall. Ja, gerade noch nach vorne gesprintet. Jetzt fehlt er leider hinten. Denn wir kommen jetzt über die linke Seite. Leon wird geschickt. Nico zieht in die Mitte. Leon Kopf hoch. Und 1 zu 0 für Sasel gegen den Tabellenzweiten. Na, das muss man erst mal machen. Ganz starkes Ding. Schönes Ding. Ja, nach dem 1 zu 0 für uns fängt Scala dann wieder mal an, die langen Dinger zu prügeln. Mal gucken, ob wir das besser wegverteidigt kriegen diesmal. Aber dann spielen sie da klein klein. Einer hat da gar keinen Bock drauf. Und zwar Michel souverän geklärt. Ja, und jetzt haben wir nochmal eine Szene, wo wir wirklich sehen, wie giftig die Scala-Spieler verteidigen. Also die lassen uns da wirklich gar keine Luft zum Atmen. Till versucht es mal hier. Aber die sind wirklich sehr garstig in den Zweikämpfen. Am Ende wird zwar das Foul gezogen. Aber es ist natürlich auch schwer, dadurch so eine Defense durchzubrechen. Ja, hier nochmal eine Szene, wo ich gar nicht weiß, warum sie genau drin ist. Schwacher Einwurf von Scala. Wieder ein bisschen rumgebolzt. Ping-Pong. Der Ball fliegt hin und her. Am Ende haben wir ihn irgendwie. Ja. Ah ne, jetzt weiß ich es wieder. Eieiei. Ja. Schön durch die Hosenträger. Das tut weh. Ja, jetzt nochmal Scala am Angriff. Und mit dem Hauch einer Chance wird dort reingehoben. Jerome ist ganz locker am Ball. Ja, ich weiß nicht, was da seine Mission war. Entschuldigt sich. Alles entspannt. Aber jetzt sehen wir nochmal, wenn Scala dann anfängt wirklich Fußball zu spielen, machen sie es richtig gut. Ein einfacher Doppelpass, richtig sauber runtergespielt. Zum Glück haben wir Jerome im Tor. Hält er noch gut fest die Chance. Jetzt aber mal Scala. Und die Flanke kommt rein. Aber auch den pflückt Jerome runter. Leon, bitte einmal die linke Hand heben. Super, danke dir. Jetzt die Flanke rein. Fast das Eigentor. Aber der Torwart hält es sehr gut. Ich habe eine Ibo 600 da verschickt. Nach Dorsen. Holzander. Jungs, wir können hier was richtig Rücksches heißen. Wir können hier 1-0. Stabil bleiben. Dass es uns eigentlich was nicht sagen kann, stabil bleiben. Wenn wir gleich die LKB-Jungs, die haben wir ja 2-3 Mal gesehen, die kriegen die auch hoch. Ja, locker, lang. Ganz kurz, die steht nicht gut, deswegen schlagen wir wieder lang. Wenn sie ansetzen, bist du sofort gescheit. Wir müssen mit dem Auge immer die Stürmer im Auge machen. Gefährlich für die wird es ja nur dann, wenn sie bei uns in die Zwischenräume spielen können, so wie sie ja auch 1-2 Mal vor das 0 gekommen sind, wo sie vor der Kette kombiniert haben. Ihr müsst die Mann decken, ihr müsst dicht dran sein. Das ist kein Vorwurf, aber wenn ein Sechser ist, wenn ein Spieler nicht hat, dann rücken wir als Interprende raus und sehen dann die Dummen aus, wenn die mit einem einfachen Doppelpassung rauskriegen. Das ist alles gut, Jungs. Jetzt bitte, die Ruhe. Kommt in den Tunnel. Schön sammelnd, konzentriert. Die Chance nutzen, die drei Punkte mitzunehmen. Und dann sind wir so weit von weg, weil wir einfach nur eine geile Truppe sind. Wir wollen alles, was wir vor dem Spiel gesagt haben, vor dem letzten Spiel gesagt haben, haben wir wieder umgesetzt. Harte Zweikämpfe, faire Zweikämpfe. Bisschen Präzision bei den Pässen, aber ansonsten der Ball rutscht auf diesem Platz sehr viel, ansonsten ist es wirklich ein Bärenstärke aufzutreten. Jeder für jeden. Und dann sind wir hier in weniger als einer Stunde und gehen als Sieger vom Platz auf. Wir holen das nicht. 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 Maschinen. Damit sind wir hochmotiviert in der zweiten Halbzeit. Nico nimmt noch schnell alle Gegner hops. Und dann gehen wir rein. Und hier in dieser Szene gleich nochmal Nico. Guckt euch mal das Tempo an. Dann nimmt er dem Verteidiger gleich mal ein paar Meter ab. Schließt dann etwas unsauber ab. Aber ich sag's euch, der Junge hat die sieben Meilen Stiefel auf jeden Fall am Start. Starker Sprint. Und eventuell sehen wir davon ja heute noch die ein oder andere Schocks. Schneller Schnitt nach hinten in die Verteidigung. Und direkt wird rausgespielt. Tillikopf hat er oben. Verlagert auf die rechte Seite. Auch Omar hier wieder ein bisschen näher herangesoomt. Wäre dankbar. Danke dir. Und jetzt Michel setzt sich da sauber durch und kommt zum Abschluss. Leider auch zu unplatziert. Aber starke Aktion von ihm. Oh, ach. Ach du Scheiße. Ja. Ja, er war tatsächlich der Meinung, dass er da den Ball gespielt hat. Hat er wahrscheinlich auch. Aber halt nur zu 10 Prozent. Ja, jetzt nochmal Scala am Start. Er schlägt den Ball wieder lang. Wird aber sauber runtergepflückt. Und glücklicherweise haben wir da Michel, der sich noch in den Schussversuch wirft. Es wird aber nochmal gefährlich. Aber auch Flavio kann den Ball nochmal so klären, dass das Ganze entschärft wird. Und hier nochmal eine Chance für Scala, die erst gefährlich wird, weil wir hinten nicht sauber wegklären. Aber Jerome ist am Start. Und ja. Nimmt einen auf sich fürs Team. Sauber gemacht. Ja, jetzt hier nochmal Timur schädelt die Ecke richtig stark weg. Und Adri schlägt erstmal lang. Erstmal raus aus der Gefahrenzone. So ist richtig. So, jetzt spielen sie mit dem Torwart. Leon presst ihn ein wenig, dass der Bruder ein wenig Stress bekommt. Und den bekommt er auch. Spielt den Ball nämlich zu Nico. Der nimmt Tempo auf. Hm. Ja. Aua. Ja, wie ihr seht, wir hatten auf jeden Fall unsere Chancen. Und verkaufen uns hier eigentlich sehr gut dafür, dass Scala eben Tabellen zweiter ist. Ja, jetzt kommt leider der nicht so schöne Part. Scala hat einen Freistoß. Den bringen sie auch hoch rein. Und dann kann ich gar nicht genau erkennen, was da passiert. Ja. Ich glaube, am Ende war es ein Eigentor von Möhre. Aber wie auch immer, 1-1 steht's. Ja, es geht weiter. Das ist natürlich kein Foul. Ganz klar. Und der Ball wird wieder weggeschlagen. Wir holen ihn uns allerdings wieder. Und das hier ist eine sehr nice Aktion von Leon. Zack, zack. Und was Adri dann macht, ja, das vergessen wir einfach. Ja, jetzt sehen wir nochmal hier ein nices Gebolze. Schön immer hoch und weit. Und Hauptsache kräftig gegentreten. Ja. Allerdings Scala jetzt im Ballbesitz. Und da haben sie auf außen wirklich einen. Der hat sein Müsli heute Morgen auf jeden Fall aufgegessen. Denn der ist so schnell. Kaum zu halten für Till und seinen Außenverteidiger. Bringt die Flanke rein. Und der Abschluss ist auch echt nicht schlecht. Direkt in Knick. Ja, 2-1 für Scala. So schnell kann's gehen. Ja, und ich sag's mal so. Das ist die letzte Aktion. Und wir haben's tatsächlich leider nicht mehr geschafft, das 1-0 über die Zeit zu retten. Es nützt nix, Leute. Nächste Woche. DSC Hanseat. Arbeiten. Da müssen wir halt die schlagen. Die haben halt das Glück gehabt. Und das ist so, wenn du oben stehst. Scheißegal. Abhaken. Sofort konzentrieren wir aufs nächste Spiel. Und dann trip-trap gehen wir halt dann höher. Wir haben's richtig gut gemacht. So, Timmy, was hast du zum Spiel? 18 Minuten gespült. 2-3 Minuten kurz geschlafen. Eigentlich hätten wir unterschieden, ob wir die Flanke gehabt haben. Mindestens Köpfigen hoch, wie es so eine ganze Art. Fangen wir weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.